Also Nathalie von Siebenthal, der Schnee ist jetzt angekommen. Was bedeutet das für dich? Ja, endlich. Die Sesma fängt bald an. Jetzt, weil der Schnee da ist, noch die letzten Vorbereitungen. Und es geht schon bald in Orden, Richtung Ersten Weltkabrennen. Bei deiner Vorbereitung bist du zufrieden? Ja, ja, gut. Ich hatte den Sommer. Ich konnte sehr gut trainieren. Auch am Ende vom Sommer, Anfang des Herbst und jetzt mit dem perfekten Schnee hier in Davos, ist es wirklich sehr gut. Was sind deine Ziele für die nächste Saison? Ich würde gerne an die WM auf Lachti. Das ist ein grosses Ziel. Da möchte ich möglichst weit vorne sein können. Und du bist Teil der Mannschaft, vom Helvetia-Team. Was bedeutet das für dich? Das ist etwas Besonderes, das Helvetia-Team ist. Wir machen schöne Events zusammen. Das ist eine coole Mannschaft, eine schöne Familie. Du bist ein Image. Du bist eine gute Zeit.